Hier bin ich. Ja, dort entlang. Bin unterwegs. Na komm, errichten wir hier nochmal ein bisschen Holzindustrie. Sicher ist sicher, wir haben zwar genug Holz, aber man weiß nie, wann man noch welches brauchen könnte. Hier ist das Portal. Es führt direkt in die Stadt. Ja, nehmen wir das mal. Okay. Quespo aktualisiert. Der Anführer helft dem Karl der Kartei im Kampf und spricht dann mit ihm. Der Karl, der Anführer der Kartei, kämpft alleine gegen die Untode in der Stadt. Helft ihn und befragt ihn dann zur Lage in Kartei. Sucht die Uro im Osten und spricht mit ihr. Die Uro ist mit dem Rest der Kartei aus der Stadt nach Osten geflohen. Findet sie und sprecht mit ihr über die Lage. Öffnet eines der Grenztore für eure Armee. Nun müsst ihr eure Armee nachziehen, um die Stadt zu befreien. Kämpft euch von der Stadtseite aus zu den Toren durch und öffnet diese für eure Truppen. Zeit zu sterben. Okay, Portal zum Kampfplatz. Halten wir den mal, wenn wir rankommen würden. Okay, Berserkern wir. Zeit zu sterben. Vorsicht! Okay, die sind gerade lästig. Vor allem, weil sie ziemlich schnell respawnen. Achtung! Zeit zu sterben. Zeit zu sterben. Die Praetoriale sind sowieso lästig. Die halten verdammt viel aus. Okay, wir versuchen es dann doch mal im Nahkampf mit einer anderen Waffe zu sterben. Mal gucken, ob wir mit der Besser abschneiden. Vorsicht! Verteidigt euch! Verteidigt euch! So, halten wir den mal. Und reißen das verdammte Ding ein, bevor es uns noch mehr Probleme macht. Leisten wir. Und rein! Die haben wir mit der Besserung. Und das wollen wir mit der Besserung. Oh, das ist schon besser. Wer seid ihr? Freund oder Feind? Ich bin hier, um eure Stadt von den Untoten zu befreien. Ist das freundschaftlich genug? Ja. Ihr müsst der Sturmbote sein, den uns die Uru prophezeit hat. Der Runenkrieg aus dem Norden. Die Uru sagte, ihr würdet uns befreien. Die Uru. Wo ist sie? Sie hat die Überlebenden meines Volkes nach Osten gebracht. Dort wollen sie eine zweite Verteidigung aufbauen. Aber ich fürchte, sie sind bereits umzingelt. Euer Volk? Warum seid ihr dann noch hier? Ich bin der Karl, Führer der Kinder des Windes, die er auch Kartei nennt. Dies ist meine Stadt und ich werde sie zurückholen. Meine Ahnen und die Winde werden mir die Kraft geben. Ich werde eure Stadt beschützen, Karl. Geht zu eurem Volk. Es braucht euren Schutz eher als diese Gemäuer. Hatai! Ihr seid wahrlich der Sturmbote. Hört. Sucht die Uru auf. Sie wird euch die Jäger ihrer Wache als Unterstützung geben. Mit ihnen solltet ihr es leichter haben, die Stadt wieder einzunehmen. Hier in der Nähe gibt es auch eine Heldenstätte der Rune. Vielleicht könnt ihr sie nutzen. Dann war es gut, dass wir... Eure Stadt gehört bald wieder euch, Karl. Gut. Ich werde mein Volk von euch berichten. Viel Glück, Sturmbote. Möge sich euer Schicksal erfüllen. Okay, dann war es gut, dass wir... Nicht... Ähm... Das Monument auf der anderen Seite genommen haben. Verteidigt euch! Also die Uru ist da oben. Okay. Seht sehr interessant aus, was ich gerade mache, oder? Spannend, meine ich. Verteidigt euch! Vorsicht! Aber hey, ich habe schon mal den dritten Baum. Achtung! So, das Skelett ist tot. Gucken wir mal hier hinten. Okay, da kommen wir schlecht ran. Da ist auch eher schlecht. Okay. Nee. Ich glaube, wenn wir oben rum gehen, haben wir bessere Chancen. Naja, die Praetorianer können wir noch plündern. Also wenn wir hier rum gehen... Wobei, das sieht auch nicht gerade so einfach aus, da rum zu kommen. Also hier wären keine Praetorianer im Weg. Das wäre schon... Wird das Ganze schon mal einfacher machen. Das ist aber ein Bansch da rein im Weg, äh? Der macht es wieder schwieriger. Ja. Da sind wirlas noch mal. Das war Nós. Zeit zu sterben! Okay, ich mach erst mit das Grab weg, während er auf die Erstarren drauf einhaut. Muss aber sagen, bei der Erdenkling ist mir doch etwas lieber. Also ich merke bis jetzt nicht viel. So. Okay, da oben rum wird's auch schwierig. Muss es doch da unten rum versuchen. Okay, wir versuchen's oben rum. Oder ich hab ne bessere Idee. Wenn ich mich wegporte, müssten die drei eigentlich auch mitgeportet werden. Deswegen bohrte ich mich erst mal hoch und wieder runter. Gut. Und sie haben volles Leben. Okay, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen's hier rum versuchen. Ach, und da ist unser Heldmonoment, was wir brauchen. Gut. Und das heißt, wir wagen jetzt einfach mal einen Durchbruch. Achtung! Ich brauch Helden. Ich brauch alles, was mir in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Ich brauch das jetzt nicht mehr. Hier. Ey, Portal in die Uhrwerkhallen. Also ja, mit den Helden erst einmal da unten die Gegner töten. Okay, hier gibt es nichts mehr. Nur das Portal in die Uhrwerkhallen. Oh, nöke ist es denn, Portal? Alles klar! Bereit mir nach! Vorwärts! Auf meinem Befehl! Schnell! Na, machen wir erst einmal hier! Sofort! Für die Freiheit! Neatalf ist mit uns! So, klammrig! Feindlicher Angriff! Was kannst du eigentlich auch immer noch solche Sachen machen? Dann Feuer mal! Schließ die Reihen! Ich muss auch daran denken, wenn wir die Kartei fertig haben, dass ich nach Empyria zurückgehe und die nächsten... Die nächste Arena-Schnüffel mache... Nicht halb! Nicht halb! Gib mir Kraft! Du kannst dich gewinnen! Halte durch, Männer! Hier! Für die Rune! So, der Praetorianer muss umfänglich! Wir halten verdammt viel aus, die Praetorianer! Ich bin froh! Du kannst dich aus, die Praetorianer! Die Praetorianer muss ein wenig sein! Vielen Dank.